Warnung! Die Stunts in diesem Film wurden von Professionellen geführt. Also für eure Sicherheit und die Schutz der sich um dich herum, probiere nicht auf jeden von den Stunts, die du siehst. So ein Faxe-Tasting machen. Kennt ihr Faxe? Dieses 1 Liter Bier in der Dose, in der weißen Dose, die so weiß ist, bis die blöde Collectors Edition kam und jetzt einfach nur noch da Bilder drauf sind. Da gibt es ja vier verschiedene und die blaue kenne ich gar nicht. Und jetzt haben wir extra alle Dosen besorgt von Faxe. Wir wollen jetzt mal das Tasting machen. So dritt ist das natürlich auch besser als zu zweit. Und dazu gibt es auch noch eine Wurstplatte, damit wir immer eine Dose Faxe und ein Würstchen dazu trinken, essen, wie auch immer. Das sind Ralapeño Cheese, das sind Tabasco, das sind Habanero Chili, das sind einfach Spicy von einer anderen Firma. Das werdet ihr aber gleich noch hören. Das sind die vier Faxe-Dosen. Also hier die weiße, die natürlich wegen dem ganzen Bild so untergeht. Dann haben wir die blaue, die kenne ich gar nicht. Wollte ich immer mal sehen, habe ich gesehen, dieses schöne Royal-Blau. Das sah richtig toll aus. Jetzt erkennt man gar kein Bild. Aber das blaue. Und dann drehst du es und dann ach, jetzt ist es schon wieder vorbei. Die rote, die finde ich eigentlich sogar mit am schönsten noch, weil diese ganze Goldverzierung und diese Musterung finde ich stark. Und das schwarze, das ist ja die Königsdisziplin natürlich. Das schwarze mit zehn Prozent. Das wollen wir jetzt alles mal machen. Extra strong. Ja, du wolltest bestimmt schon wieder was sagen. Du bist ja auch der Fahrer. Was gibt's? Nix. Das schwarze, da brauche ich mich ja am wenigsten. Wieso? Weil du das so stark Zeug nicht magst. Weil das dann immer Kaffee. Aber ja, ist egal. Es gibt ja Wurst dazu. Man macht erst das Bier auf. Und du dann, erst wenn der Biergeschmack da ist, dann erst in der Wurst rummachen. Oder? Das ist doch sinnvoll. Ich würde einen Schlupf von Bier trinken, dass immer das schmeckt. Und dann esse ich eine Wurst. Wurst mit Bier, genau. Und dann spüle ich mit Bier nach, dass dann alles wieder nach Bier schmeckt. Das ist dann wieder zurückkalibriert. Wir haben natürlich unsere geeichten Bier-Tasting-Gläser von Kalea. Und in einem normalen Kalea-Bier sind noch 0,33 drin, oder? Oder 0,3? Bier kocht immer. 0,33 müsste das sein. Und das heißt, wenn das in das Glas reingeht, müsste das ja auch 0,33 sein für das Glas. Und wenn hier ein Liter drin ist, müssten wir 0,99 in die Gläser kriegen und hier nur 0,01 übrig bleiben. Ob das so passt, weiß ich nicht. Soll sich eigentlich jeder selber einschenken, oder soll ich das machen? Mach du noch. Man kann ja auch einfach so. Da muss man nicht warten. Und dann kann man, wir müssen ja eh machen, bis die Dose leer ist. Das heißt, jeder kriegt wahrscheinlich unterschiedlich viel Bier. Das ist perfekt. Wir fangen an. Wir hatten das ja, das weiße hat wir da in der Biertesting schon mal in einer kleinen Dose. War das eine 0,33, ja ganz und gar? Ja, genau. Die steht sogar oben bei mir im Regal. Die habe ich extra aufgehoben. Habe ich mir eben nochmal angeguckt, wie schön die aussieht. Da war aber kein Band drauf. Dass sie komplett weiß ist. Ja, stimmt. Die hat kein Bild. Klar sind da 25 Cent drauf. Ich meine da bei der kleinen, auf der kleinen Dose. Ja klar, auf der kleinen 25. Aber wo kriegst du die denn her hier nirgends? Deswegen, bevor du die abgibst, behältst du die lieber. Aber hier hast du ja nichts Weißes. Achso, trotzdem war das Ding natürlich, also ein Liter und 5,0 Prozent. Das ist noch wichtig. 5,0 Prozent. Dann Prost. Prost. Es geht schon los. Ich könnte erstmal kurz einen Bierschluck nehmen. Jetzt spüre ich es brennen von der Sonne auf der Haut. Bis eben war nichts und jetzt plötzlich... Jetzt kommst du raus. Es ist wieder so. Ich fange jetzt auch sogar mal mit der, meiner Meinung nach, mildesten Wurst an. Das heißt, ich schneide hier einmal so durch. Also ich hatte ja heute schon ein Bier. Ein Bootweiser. Einmal hier. Jo, danke. Und ein Bootweiser wird so ausgesprochen, weil das ist ein deutsches Wort. Wer sagt es denn anders? Die anderen sagen wohl... Die sagen alle Bartweiser. Bart. Bartweiser. Ich weiß aber, es ist aber ein deutsches Wort. Warum sollte man absichtlich seinen Bart denn weisen? Der wird doch von alleine weiß und grau. Deswegen, ich würde mir niemals Bartweiser kaufen, um den Bart zu weisen. Hier sind ordentlich viele Fettknorpelstücke drin. Also das kriegt Abzug bei der Collectors Item Dose Faxe. Da kann die ja nichts dazu. Minimale Schärfe ist auf jeden Fall da, ja. Die hat aber so eine dicke Haut. Die Haut ist so richtig brutal. Das hast du bei den anderen nicht auf jeden Fall. Das ist was wie eine Art Bockwurst. Da brauchst du ja wirklich was zum Runterspülen. Definitiv war. Mir ist das zu fest bei der. Die hatte ich damals als letztes, diesmal als erstes. Da freut man sich über die Wolke, die da oben ist. Und jetzt fliegt hier das Zeug rum und schon. Und wie wird es für ein Kind geschlachtet? Nee, die ist nicht leer, aber gute Idee. Ich kann ja gleich nochmal nachfüllen. Weil bei dir sieht es fast so aus. Bei mir ist noch Luft. Weil es wäre ja frisch. Luft da oben. Deswegen mache ich jetzt hier mal kurz so. Hier mal so. Bei dir muss ich wieder voll machen. Damit das auch wieder die Hälfte ist. Ich kann das Bier dann genießen. Also die Wurst finde ich jetzt nicht so. Da finde ich das Bier auf jeden Fall besser. Das kriegt Punkte. Der Rest kriegt nichts. Das hat auch eine schöne Farbe. Ja. Definitiv. Das hast du schon mal gezeigt. Das schmeckt auch tatsächlich so, wie es aussieht. Also die Farbe ist immer noch gar nicht eingegangen. Da hast du recht. Wie gesagt, ich kenne ja bloß das Weiße und das Schwarze. Immer zeigen nochmal. Das schwebt hier durchs Bild. Nee, das habe ich auch nirgends nur noch gesehen gehabt. Und das Rote auch noch nicht. Also in Suhl im Kaufland gibt es das Rote. Ja, aber ich habe alle gekriegt. Außer das Schwarze. Weil ich das Schwarze nirgendwo kriege. Dafür musste ich damals extra Hibutange. Weil die waren die einzigen, die das Schwarze hatten. Ja, bei uns ja auch. Wir haben ja auch das. Bei uns bei der Tange ist ja auch noch nur das Schwarze. Ja, wirst du etwa schon gegessen? Ja. Na weile. Aber doch, also so ein leichtes Chilifeuer ist schon. Aber es ist nicht toll. Du kannst ja die andere Hälfte noch mitnehmen. Und kannst du dann nächste Woche oder so warm machen. Schmeckt bestimmt auch gut. So. Die Faxedose ist leer. Ja, die erste. Ihr könnt euch ruhig volllabern so lange. Weil ich kann eh nicht sprechen beim Kauen und überhaupt. Wie gesagt, ich bin auf jeden Fall jetzt mal gespannt, wie das Blau und das Rote schmeckt. Da gibt es übrigens überall Strong Beer drauf. Achso. Nein, nur bei dem ist extra. Extra Strong. Genau, das hat das Adler-Auge gut erkannt. Hier steht nämlich Lagerbier. Lagerbier. Das ist das einzigste Lagerbier. Während die anderen Strong Biere sind. Beziehungsweise extra Strong Beer. Jetzt wollte ich schon einschenken, aber ich muss ja erst mal austrinken. Ja. Grüß Gott. Ja, ich bin definitiv gespannt auf das Blau und auf das Rote, weil ich bei den Kennen überhaupt sage. Der Third Edward hat auch letztens auch hier ein Video, also das ist bestimmt schon ewig alt, das Faxe Red R getestet und sich eingeschenkt. Das hat wahrscheinlich eine Rote Farbe, das ist schon mal bewusst geworden. Ich meine, da steht auch Red Bier drauf, aber ich habe das ja noch nie eingeschenkt, deswegen. Dann ist das Blaue bestimmt Blau. Fangen wir also mal das Blaue auf. Oder Farblos, das ist ja auch nicht schlecht. Es ist halt leider wieder so eine Collectors Edition, wo Bilder drauf sind von Wikingern und Schiffen und Geistern und Goblins, statt dass die ganze Dose schön in diesem Royal blau ist, aber wieder ein Liter und diesmal 5,6. Wir steigern uns also. Qualitäts-Strong-Bier. Und jetzt, die Sonne ist fort. Schön, das Bier wird kalt. Beim Öffnen geht die weg und dann beim Trinken kommen die wieder. So, und blaues Spülmittel? Nee. Nee. Das sieht genau so aus. Also beim Einschenken dachte ich, es ist ein leichter blauer Schimmer. Blau. Beim Einschenken dachte ich, es hat einfach gar keine Farbe so richtig, aber wenn es dann drin ist, sieht es kräftiger aus als beim Einschenken. Also, da sabbelt sich die Farbe. Okay. Ein Ticken heller gehe ich mit. Ja, das kannst du ja auch nicht einschenken bis oben, dass es leer ist wegen dem Schaum. So, jetzt muss man natürlich erst mal wieder die Wurst probieren. Brust. Glaswurst. Brust, brust. Dosen-Suppe mit Wurst. Keine Ahnung, mein Geschmack ist eh schon wieder weg. Schmeckt leicht so nach Farbe. Das ist wohl das leicht bläuliche, was Hannes gesehen hat, ich nicht. Das schmecke ich aber jetzt. Ja. Wo ich es das erste Mal hatte, fand ich es nicht so geil. Kann aber sein, dass ich auch gerade kein Bier durchstatte oder den Geschmack nicht. Aber ich sage dir ehrlich, das ist gar nicht schlecht. Das ist der Export. Du sagst also gerade, du findest es jetzt geil. Oder besser. Ich habe aber letztens auch einen Brustweiser getrunken. Da war der Durst nicht zu Ende. Und heute hatte ich eins, das hat nicht geschmeckt. Also aber aus dem selben Kasten. Na ja, dann nehme ich mir schon mal eine Bratwurst und schneide die mal in der Mitte durch. Da habt ihr nämlich... Welches Stad ist das? Das ist jetzt eine Tabasco. Zack. Tabasco mit Maisstückchen. Genau. Müsste das sein. Was ist mit Gemüse? Ich... Quatsch. Quatsch. Also ich esse gerne Gemüse, weil ich hasse Pflanzen. Ich kann mich jetzt schon gar nicht mehr an den Geschmack von dem ersten Bier erinnern. Aber ich finde, das kann man trotzdem gut trinken. Nur. Hat aber keinen schönen Biergeschmack, sondern schmeckt für mich irgendwie trotzdem fad und farbig. Aber irgendwie kannst du das gut trinken. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Das haben doch die Wikinger ja auch gemacht. Die haben sich bloß reingeschüttet, Mensch. Ob das ist Met war oder irgendwas anders. Die haben sich bloß in die... Und die Wurst finde ich viel besser als die erste. Und da merke ich jetzt auch deutlich mehr Schärfe als bei der ersten. Ja, weil da nicht so viel fit Augen drin sind. Und die hat auch eine schönere Haut. Das heißt, ich muss nicht so lange kauen und kann dann mehr reden. Uh, spitzelt ein bisschen auf der Zunge. Guck dir das an, du. Das ist angenehm. Aber wir hätten vorher die zwei Thüringer nicht essen dürfen. Wir waren heute auf dem Markt und haben gefragt, ob er Hunger hat, ob er eine Bratwurst mehr hat. Meininger oder was? Da stehen ja immer die zwei Stände und man weiß ja immer nicht, wo holt man sich denn einen. Also hat Hannes links am Stand sich zwei geholt. Ich habe mir rechts am Stand zwei geholt. Dann haben wir eine getauscht. Wenn du mal eine von das Meininger, die sind eigentlich okay. Ja, am linken steht immer Meininger. Da hat er gesagt, die kommen aus 30 Acker. Beim rechten haben sie gesagt, das ist hauseigene hier von der Kreiner Fleischerei. Direkt in Meininger wird es hier rumgeschmissen. Ach so. Sind es dann auch Meininger, wenn es direkt in Meininger sind? Ja, aber die Firma heißt Meininger irgendwie. Ach so, so einfach ist es. Es gibt auch Eisenerer, aber die sind nicht in Eisenerer. Sondern der Typ heißt wahrscheinlich Eisenerer. Da bin ich heute auch vorbei gefahren. Eisenerer, ja. Beim Schienesserfeier. Na, Zufall. Ich musste hinten rum, weil noch Würzburg zu ist. Ah noch. Ja, Hannes hat mich so verarscht heute. Ich frage, ob es dabei bleibt, ob er pünktlich kommt. Und er, ich bin jetzt gerade in Hibu. Aber ich fahre gleich nach Thema. Und ich dachte, er ist in Hibu ausgestiegen. Er holt jetzt Döner vom Lutz und fährt dann hierher. Aber Lutz hat Ferien. Wie genial ist das denn? Das wäre kein Geil. Aber Lutz hat Ferien. Und dann sagt er, nee. Habe ich nämlich auch schon gedacht, ob ich das wieder mache. Ich bin durchgefahren. Der Zug ist nur kurz. Und ich dachte, ach so, der Zug steht in Hibu. Ich dachte, er ist da extra hin und aus. Coburg-Sundberg oder so gefahren, oder was? Ja, ja. Als ob der weiß, was Sundberg ist, wenn du nicht Sonnenberg aussprichst, oder? Ach so, gut, das ist Bayerisch. Das kennt er. So reden die da. Ja, Freilay, das ist doch. Aber. Stone Cold. Ah, ausziehen. Das geht auch. Der wird ja von Nürnberg direkt durch. Ja, aber Würzburg ist ja zu. Haben sich wieder zwei gefunden? Prost. Du fährst ja München-Nürnberg. Das haben wir doch gar nicht gemacht beim zweiten vorhin. Doch, das ging so in die Luft. Dann Nürnberg-Sunderberg. Je nachdem, wie die Anschlüsse sind. Und dann fährst du direkt runter. Oder mit einer halben Stunde oder so. Äh, ja. Ich bin bis, äh, naja, Ingolstadt musste ich erst. Ingolstadt und dann Nürnberg. Ja, das ist eine dämliche Verbindung. Aber in Sonnenberg hättest du auch was scouten können. Ach du meine Köder. Ja, ja, super. Das sagst du mir jetzt. Da weiß ich schon, wie es aussieht bei dem Geräusch. Das andere ist Habanero und Chili-Käse. Habanero und Jalapeño-Chice. Hannes, was ist denn los? Kein Käse. Der Hannes war sonst immer der hier, gell? Aber jetzt wirklich, ich sag nur Biermeile. Ich möchte es genießen. Ich möchte es einfach genießen, weil es einfach geil ist, das Bier. Das erste Mal im Leben, dass der genießt. Ich verstehe es nicht. Okay, ich genieße mich. Der Hannes hat zum Genießen, wir haben doch keine Zeit. Wir haben eine zweite Dose zu genießen. Hey, genau zum Genießen kannst du ja da... Ich kann mal zu dir die dritte Dose. Weil das ist doch genau die blaue. Und deswegen passt das doch, wenn du sowas genießen willst. Das hast du, glaube ich, das letzte Mal vergessen zu lesen. Ja, dann lese doch. Ach, das ist mir doch egal. Soll ich schon mal mit der Rohde rummachen? Ach, das ist tatsächlich hier mit Mais und Glucosesirum. Also das andere nicht, das ist das deutsches Reinheitsgebot. Dann ist ja egal, was mit dem anderen ist. Eigentlich hatte ich noch vier Scheiben Toast für drei Leute. Dann gehen wir dann in den Park Entenfüttern. Aber eigentlich ist das auch sinnlos. Wir wollen das professionell aufziehen. Jetzt kommt die wohl schönste Dose der Welt. Wieder Strongbier, Faxe, Red Erik. Wir kommen von 5,6% auf 6,5%. Zahlt ihr? Haben sie sich verschrieben wahrscheinlich. Und da sind keine Türken drauf und keine Ägypter und keine, was weiß ich. Da ist einfach nur, guck dir das an. Da ist Bier drin, auf jeden Fall. Das sind die asykalischen Drachen, okay. Bei der schwarzen Dose steht auch Bier, Bier, Bier drumherum. Und bei den anderen nicht. Ist mir gerade aufgefallen. Ja genau, aber da ist nur Bier drin. Da ist gar kein Bier drin. Da ist Bier drin. Das ist jetzt erst mal Bier. Ab 6,5 wird es erst zu Bier. Guck mal, es ist sogar Hibu, Helau steht auch noch drauf. Scheiße, damit kann ich gar nichts anfangen. Mit Ibuprofen. Hat sich ja Hannes auch heute extra geholt. Da geht er in die Apotheke rein und bestellt sein Zeug. Und hinten in der Ecke steht eine Apothekerin mit Minirocks so. Hier das ganze Bein komplett tätowiert. Da steht die so da. Ich bin das Modell. Ich habe gesagt, Hannes, hast du die gesehen? Nee. Ich bin nochmal rein. Ich habe gesagt, guck einfach nur nach links. Und die, ja bitte. Aber ich muss nochmal kurz gucken. Na, wir nehmen doch das Lakritz mit. Ja, unauffällig. Ja, ja. Ja, so Bonbons sind auch immer gut. Also Lakritz. Ja stimmt, du willst uns eigentlich, achso, das passt eigentlich gar nicht zum Video, weil es irgendwann hochkommt. Aber dein Geburtstag steht ja bevor. Ich kann es ja Freitag hochladen, damit es keiner sieht. Willst du uns wieder mit irgendwelchen Lakritz-Zeug oder so vergiften? Lakritz-Zeug. Die Sandra hat mir zum Geburtstag jetzt was geschenkt von Chili Klaus, was Bonbons sind, die sehr scharf sein sollen. Also vielleicht wird sie die am Geburtstag mitnehmen. Ich habe gesagt, das sterben ja wieder alle und das ist wieder nichts. Das ist das Einzige, wo ich wahrscheinlich nicht sterbe. Du hast Salzzeuge. Okay, okay. Na, wenn du das so möchtest, dann nehme ich das halt mal mit. Und wer möchte dann so. So weiter geht's. Gut, und dann war das ja schon geklärt, weil die schönste Dose ist doch Faxe Red Eric. Und die Genaya ist ja so begeistert gewesen von dem Faxe Red Eric. Die hat sich einen Pokémon-Account gemacht, der heißt Red Eric. Faxe Red Eric. Und das ist schon wieder cool. Aber da steht auch extra drauf, Red Beer. Und das hat der Sir Edward, glaube ich, auch letztens in einem Video, was schon zehn Jahre alt ist, sich eingeschenkt. Dann ist die Hälfte in seinem Schnurrbart hängen geblieben. Ja, super. Dann hat er für später auch noch was. Und dann habe ich gemerkt, dass es doch eine rötliche Farbe haben soll. Das heißt, oh, es ist orange. Was ich dazu sagen muss, ist, wenn ich das erste Mal getrunken habe, das erste Mal, dass man mit einer Faxedose rumlaufen kann, die man nicht äxt oder so. Und die kann man leer trinken, ohne dass dann die Luft bei der Hälfte schon draußen ist. Aber die Farbe ist richtig nice. Und ja, ich sage dazu gleich noch was. Es ist was ganz Besonderes. Also ich muss wirklich sagen, nicht nur die Dose finde ich richtig schön. Ich finde jetzt auch die Farbe von dem Bier, die ich noch nie gesehen habe, finde ich auch schön. Fünf von fünf Punkte, wenn wir endlich mal eine Bewertung für die Farbe geben. Ja, definitiv. Wir hatten doch aber bei der Weihnachtsbierverkostung dieses Wunschbier. Ja, das hat auch fünf von fünf. Eigentlich hätte das dann zehn von fünf, aber so weit geht ja die Skala nicht. Ja. Weil ich hatte mich ja eigentlich auf dieses Biertasting vorbereitet, indem ich mal lese. Das ist aber schon lange her. Ich habe aber gelesen, dass die da Saft reinmachen, deswegen ist das rot. Das sieht auch wie Eistee plötzlich. Holundersaft. Ich gucke jetzt mal drauf, ob ich da jetzt scheiße erzähle. Guck mal. Also Eistee im Glas. Holundersaft. Aus Konzentrat. Und Salz. Ja, aber warum ist da Salz drin? Wenn es trotzdem schmeckt, dann ist mir egal, was da drin ist für die Farbe. Hauptsache es schmeckt. Jetzt muss es halt noch schmecken. Ich muss nur 20 von 100 geben. Wo ich das gelesen habe, dass da Saft und so drin ist, Salz, dachte ich, das ist was. Konnte ich nicht sagen, also wäre ich nicht drauf gekommen, wo ich das das erste Mal getrunken habe. Da fand ich es einfach nur lecker. Es ist lecker. Es ist wirklich lecker. Nein, im Abgang ist irgendwas drin. Das merke ich jetzt. Was ist das? Was soll das? Das ist der Holundersaft da. Da finde ich ja, dass davor, dieses Stück Farbe konnte man besser trinken. Weil hier rätselst du erstmal mit dem Geschmack und es lenkt dich ab vom Trinken, weil du immer mal absetzt und guckst, was ist das? Dann trinkst du langsamer, automatisch, weil was ist das? Welche Wurst essen wir denn jetzt? Na natürlich jetzt die Habanero Chili, weil das ist ein rotes und wir machen eine Habanero dazu. Das muss brutal klingen. Obwohl ich fand, die Habanero war gar nicht so scharf wie die Ralapeño. Und das verstehe ich nicht, weil eigentlich eine Habanero hier 350.000 oder so haben soll und der Rest ist was anderes. Aber das ist ja das Aroma von Habanero, was ich... Oh, das hat aber doch eine Schärfe, ja. So eine Habanero-Schärfe ist das. Vielleicht habe ich gestern nichts mehr gemerkt, weil ich habe gestern auch schon ein Bierchen, ein Würstchen gespielt. Nicht 5 gegen Willi, das ist was anderes. Bei Habanero kommt jetzt so eine Schärfe wie beim Meerrettich. So ähnlich, das zieht so ein bisschen mehr durch die Nase als bei den anderen. Dann machen wir einfach so eine Challenge, so eine Bad Benzer Terentil-Challenge. Würstchen-Bier. 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 Aber doch, dieser typische Habanero-Geschmack ist da und den habe ich gestern nicht gemerkt. Und wenn ich jetzt plötzlich rede, merke ich auch, dass es sich hier vorne etwas hat. Man merkt es in der Nase, das Habanero immer fühlt sich so oder auf der Zung! Dann ist es doch richtig geordnet. Das ist bis jetzt die lascheste, zur besten schonmal von der schedulingsysteme. Es zieht jedes Mal an, in jedem Gang. Ich auch bis jetzt. Also, ich habe es auf jeden Fall, habe ich es schon sortiert. Würstown Ihnen sagen, dass es scharf ist? Das ist jetzt extrem schaubes, aber man merkt nicht schärf. Das hat einen guten Geschmack. Beim zweiten Bissen erhält ich das auch ganz bisschen an den Seiten. Ich weiß auf jeden Fall, das hätte ich nicht in Hessberg stehen lassen können, weil wenn das Muttertier da rangeht, die macht ein Rückwärtssaldo und das wollen wir nicht. Es ist gut, dass ich es mitgenommen habe. Also die Vorstellung, gerade kalte Bratwurst zu essen, ist eigentlich total abartig. Eigentlich ist es heulich, aber die gehen tatsächlich. Ja, aber wir trinken ja auch Faxe. Wieso Faxe? Das ist ein gutes Bier. Das hat einen guten Ruf. Faxe ist wirklich gut, ja. Da würde keiner sagen, dass das Assi-Bier ist, weil es hat ja auch einen stolzen Preis, so eine Dose. Welcher Assi hat so viel Kraft, so einen Liter mit einmal aus dem Laden rauszutragen? Was? Ist das leer gemacht? Nee, leer nicht. Leer nicht? Komm, Hannes, warte. Jetzt läuft das Bier über. Noch ein bisschen Rosé-Wasser eingeschenkt. Ich finde auch den Klang von diesen Dosen halt geil, weil die halt, man hat das Gefühl, die sind halt stabil. Keine Beleidigung, der Rosé-Wasser. Nein, nein. Die Dose sind halt stabil. Also letztens hatte jemand im Status wie so eine Kinderhage, so ein Sandrechen, irgendwie in so eine Red Bull Dose eingestochen ist im Auto, weil die Dose gekullert ist oder so. Also weil das einfach nur noch Papier ist, diese Dose. Jetzt habe ich wieder nur bei der Hälfte zugehört und denke, was, was redet der? Russen, Autos, Stecken, Papier, Instrument. Blechqualität. Blech. Blech. Die Dose hatte ich übrigens noch mal im Kühlschrank vorher auf der Arbeit. Total sinnlos. Bis du hier bist, ist doch eh wieder zehn Tage später und dann ist die doch wieder warm. Ich jetzt muss ja nicht irgendwie früh schon rein tun sollen. Ich habe mir jetzt aber 15 Uhr erst besser als eingefallen. Ich hätte die Dose an den Kühlschrank tun können. Nicht, dass die auf der Fahrt ja eher warm wird. Oder wärmer. Ja, wir müssen auf jeden Fall morgen nochmal ein Ding holen. Einen riesen Eimer. Einen riesen Eimer, dass wir reinkotzen sollen. Ja, genau. Ja, Freitag ist zu spät, dann ist die Kotze ja schon da. Und deswegen musst du das jetzt mal am Donnerstag machen. Ja, richtig. Damit am Freitag... Ja, Hannes sagt ja schon, komm, wir holen zwei Fässer. Ja. Und ich wollte so einen blöden Eberpilz holen, so das billigste Bier aus dem Penny, was dann keiner trinkt und ich mich einfach nur immer draufsetzen kann. Na, aber er soll doch nicht jetzt zu seinem Geburtstag sein, der jetzt so eine Plöre trinkt. Mein Gott, da soll er schon was Gescheits kriegen. Ich hab ähm, also im Hebu zumindest, ich denke hier auch, ist Starobram im Angebot. Und ich hab auf dem Kassenzettel sogar einen Coupon mit 3,50 Rabatt nochmal pro Kasten. Also für einen Kasten. Jetzt trinkst du das Bier und es schmeckt wie Chili-Bier. Es ist nicht nur in einer roten, feurigen Dose drin. Es hat nicht nur so eine rote Chili-Farbe. Du trinkst einen Schluck und es hat ein bisschen was von Kehlenschneider gerade. Nicht so extrem, aber Kehlenschneider hast du auch getrunken. Hast eine leicht süßliche Note gehabt. Und dann kam das Brachiale im Rachen so schärfer auf auf einmal. Und es war rötlich im Gläschen. Das ist Kehlenschneider-Bier jetzt. Dadurch, dass du die Habanero gegessen hast, trinkst du, merkst du dann mit Kohlensäure, Brennen, alles. Boah, fliegt da so rein. Du weißt ja, dass man bei Chili kein Wasser trinken soll. Und das ist die Habanero-Bratwurst, weil es die erste, wo du, wenn du trinkst, mehr wird mit dem Brennen. Also wo du es dann mehr merkst. Vor allem, wenn es Kohlensäure hat, ist es schlimm. Und das hat ja Kohlensäure. Also wenn du normales Wasser trinkst, ja, dann verteilt sich das. Wenn du was mit Kohlensäure trinkst, dann brennt es erst recht, weil Kohlensäure an sich schon irgendwie brennt und rummacht. Deswegen, wir haben noch Toast. Falls das Faxe zu scharf ist. Wir können dann noch Challenge machen. Scheibe Toast innerhalb von einer Minute essen. Fisherman's Game. Weißt du, Faxe ist eher zu schlapp. Bist du soweit? Soll ich schon mal ankündigen? Du kannst schon mal erzählen. Das steht auf jeden Fall extra drauf. Das ist das einzigste, was ich nicht gekriegt habe. Die schwarze Dose Faxe. Weil seitdem ich nicht mehr in Hibo bin, nur echte hiburane Urgesteine bekommen. Schwarzes Faxe. So wie der Fahrer. Nee, das habe ich in Eisfeld gekauft. Ein Liter. Zehn Prozent. Zehn Liter. Ein Prozent. Ist bestimmt auch wieder falsch. Wie Eisfeld. Das habe ich in Aasfall gekauft. In der Flaschenbehandlung. Beim Aasgeier. Okay. Nee, beim Achtenhaken. Wieso sagt mir das jetzt wieder was? Wo ist denn der? Das ist beim Netto in Eisfeld. Der hat so Zeug. Warum ist das gar nett? Ich habe da von der Bahn auf nichts gesehen. Nee, das ist vom Bahn auf aus nicht. Ach so. Aber dann bist du bei meiner Arbeit vorbeigefahren. Ach so. Ach komm, wir schenken sie jetzt einfach mal ein. Weil ich weiß gar nicht, was will man da noch erzählen? Nix. Na nix. Das ist ja gar nicht schwarz. Nö. Das ist schwach. Wir müssen mal Lakritz reinmachen. Ich habe auch immer gedacht, das sieht aus wie dunkelschwarz so. Oder zumindest ein bisschen dunkler. Nee, da kannst du deine Freunde veräppeln und sagen, guck mal, ich habe dir ein frisches Pilz gezapft. Und dann... Wie ist das? Fachse. Wahrscheinlich haben die ja auch nur beim... Jedes Mal beim Aldi die Reste an Wodka gekauft und reingeschüttet und haben dann einfach, dass es auf 10% ist. Keine Ahnung, ich lese mir das gleich mal durch. Das habe ich noch nie gemacht. Aldi, wenn du das hörst, gönn dir die Tipps. Mach das so. Prozent sind am Start. Du kannst, musst deine Business-Tipps eigentlich vermarkten und nicht for free hier raushauen. So wie bei den Frauen die Fußbilder aus Resten. Hier steht gar nicht drauf was drin ist. Guck mal, Wasser, Glucose, Mais, Hopfen. Also Wasser, Gerstenmalz natürlich. Aber wenigstens kein Hopfenextrakt drin. Das schmeckt immer nach Chemie. Mais ist ja normal. Das ist ja ein Getreide, wo halt auch... Mais? In allen Ländern ist überall Mais in den Platz. Der Mais war in der Tabasco-Wurst drin. Aber bei Faxe hast du einfach Qualität. Das ist es einfach. Du hast Qualität. Ja klar steht ja auch auf der Dose Quality Extra Strong Beer. Das ist ja wie das Waldhaus-Gredo. Guckt ihr euch so lange schon mal die Farbe an. Verkauf mal. Ich fahre übrigens... Sieht goldig aus. Nach dem Geburtstag fahre ich übrigens wieder nach dem Schwarzwald. Und da hole ich noch die anderen Sorten, was wir das letzte Mal beim Biertesting nicht probiert haben. Und ich hoffe, dass du dann im Oktober oder Sommer wieder da bist oder irgendwann danach dann. Ich bin... Ich bin... Was haben wir das nicht mehr finden? Am 3. August. Das habe ich mit deiner Frau Schlauhaus gemacht. Wahrscheinlich. Aber das ist ja schön. Da wird das wenigstens schlecht. Ich habe doch im Rewe auch hier aus diesem einen Regal diese ganzen verschiedenen Sorten von diesem einen Brauhaus-Dingsbums mitgenommen. Das heißt, das ist auch alles von einer Marke. Nur verschiedene Biere. Und das ist doch auch was für dich, oder? Ich bin dabei. Also wir machen das alles. Ich habe jetzt wieder von links. Aber wie gesagt, Waldhaus-Tasting 2.0 beim Ramses kommt. Und beim Kanal nicht, weil ich habe niemanden mit, mit dem ich das trinken kann. Wieso? Was ist mit dem Thomas aufs Thema? Das gibt schon so viele Videos, wo ich mit dem Thomas aufs Thema Bier trinke und wir das einfach nur reinschütten und einfach nur betrunken sind. Zum Beispiel Rocket Park. Und zweimal. Und wenn du das gleiche mit uns machst, dann ist das anders, oder was? Das ist doch dann auch einfach nur Friedrich. Hä? Weil es Wurst dazu gibt, oder was? Apropos Wurst. Es kommt jetzt die Ralapeño Cheese. Es hat niemand was gesagt zu dem Geschmack des Bieres. Das muss schon was heiß. Es ist herb. Es ist herb, aber es ist kräftig und gut. Also ich finde vom Geschmack her ist es davor immer noch am besten. Ja. Weil ich einfach nur geblendet bin von dieser schönen roten Dose. Deswegen würde ich eh alles sagen. Egal was ihr macht. Wenn ihr mir eine Million Euro bietet, würde ich sagen nein. Das war das Beste. Da bleibe ich auf der Meinung. Aber warum heißt das Red Eric und nicht irgendwie ein... Na, Eric ist doch hier in den, äh... Ein Wikinger. Oder so, da hieß doch dann auch Eric. Es kann ja nicht Blue Eric heißen, wenn die Dose rot ist. Ha! Also ich kenne ja, da gibt es ja zwei Verfilmungen. Die eure, da ist... Die Weibach sind gar nicht. Ha! Ha! Ich mache jetzt die Wurst kaputt hier. Vikings ist... Ja, ich krieg nichts. Sorry, also ich bin voll... Hannes, du musst aber mal wenigstens dran riechen oder deine Zunge dran halten und schauen, was ist. Oh, lecker! Ja, ich haus mir das trotzdem rein. Oh, jetzt... Guckt mal! Da ist sogar ein Stück was Grünes drin. Die schmeckt sogar wirklich... Ich würde gerade sagen, die schmecken halt wirklich so, als wäre da wirklich das Zeug drinne. Und nicht nur, ähm... Synthetisch oder alles. Die sind von Zimbo. Der heftigsten Fleischfabrik over the world. Yo, Zimbo. Gibt's die noch in Sohlen? Kennt man? Weiß ich nicht. Wenn ihr Zimbo kennt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich muss ja... Die habe ich als erstes probiert gestern. Mir hat so die Schnauze gebrannt. Das fand ich geil. Und dann kam Sandra hat probiert und gesagt, wer soll denn das essen? Tu das weg, äh! Deswegen habe ich von den anderen irgendwie nicht mehr so viel gehabt. Da soll man so eine Kindersicherung dran machen, auf jeden Fall, ja. Jetzt ist es vielleicht natürlich anders. Weil ja alles kalt ist und weil man ja jetzt auch die anderen schon hat. Aber die Habanero finde ich schärfer. Aber die hat mehr Kick. Mehr so dieses Chili-Zeug. Gibt ja halt... Habanero und Chalapini schmecken ja unterschiedlich. Das hat mehr Geschmack. Ja. Mehr Würze. Nee! Wenn ich da von so einer Habanero-Chili so viele Stücken da ranschneiden würde, da könntest du die Wurst nicht mehr... Also du und ich, also wir können sie vielleicht noch essen, aber könntest du sie nicht mehr verkaufen, weil es dann halt... Hallo und was ist mit ihm erkannt? Er kann sie genau sagen. Ja, ja. Man kann sie verkaufen, aber nicht essen. Also du stehst dir ins Regal und sammelst sie wie Prime-Flaschen. Genau. Na ja, jetzt wo ich es so merke, denke ich auch, dass das Habanero schärfer war. Aber gestern habe ich halt mit der angefangen und das hat im heißen Zustand so Eindruck hinterlassen, dass ich das andere nicht mehr so wahrnehmen konnte. Also diese Außenseiterwurst, die schmeckt so synthetisch scharf. Ja, erstens und zweitens mit diesen Fettaugen. Das hat keinen Geschmack mehr. Wie diese spanische Wurst hier. So sieht das was aus. Die äh... Chirizo. Wie heißt der? Die Tabasco, die finde ich, die hat einen dämlichen Geschmack. Das passt da nicht ran. Das ist eine Einsteigerwurst. Wenn du sagst, mein Arsch ist Jungfrau, ich nehme eine Einsteigerwurst. Der darf heute nicht bluten. Dann nimmst du die... Ach, die Tabasco. Hat aber einer Dorscht. Guck dir das an. So, diesmal habe ich die Dose nicht leer gemacht. Aber du hast... Gut. Das heißt, die Wurst kommt weg, weil der Hannes ist satt und der Fahrer, der... Bin jetzt auch satt. Ich bin auf Diät. Oh. Aber ich mache drei Diäten, weil eine reicht nicht. Ich kann aber jetzt nicht die Platte hier stehen. Bei einer Diät werde ich nicht satt, deswegen mache ich drei. Bier, Fleisch und Frauen. Ja, da muss man auch Abstand halten bei den Frauen. Die machen einen nur arm. Bier, Fleisch und Frauen. Und da verliert man die Haare. Oh. Am Sack, ja, weil es immer heiß ist. Mach das weg. Sieht ja genauso aus wie bei mir. Ich habe nichts mehr, Alter. Ich habe nichts mehr oben drauf. Naja, die Antennen hast du noch. Du hast auf jeden Fall den Fang. Nein, 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 nein. Willkommen zum Treffen der anonymen Benediktiner-Klostermönche. Die alle hier so einen Kranz haben, aber oben nichts. Deswegen habe ich immer die Mütze auch. Bei mir ist hier hinten auch irgendwie so... Bei mir ist hier mit Sonnenschutz. Bei mir ist da John Cena auf dem Kopf und deswegen muss ich aufpassen. Die sind ja richtig gut drauf. Ey. Die haben schon... Die haben mehr Spaß als wir. Ja, das ist... Da bin ich aber neidisch jetzt ja wieder. Die sind alle gut drauf ohne was. Was war denn jetzt das Beste für dich, Hannes? Ich muss echt sagen, ich habe das zwar noch nie getrunken, aber das Red Eric, das war wirklich sehr, sehr gut. Aber du hast ja von dem Blauen so begeistert geredet die ganze Zeit. Ja. Ja. Aber ich sage ja, das Blaue war auch sehr nice. Und das Rote, das Weiße ist mir zu mild. Also... Das Weiße ist scheiße. Und das Schwarte muss ich aber auch sagen, das war mir zu herb. Also ich muss sagen, das Rote und das Blaue war... Ja, ja, ja. Aber das Rote und das Blaue war das Beste für mich. Und ich persönlich, wenn es alle drei mit dem Silbenpreis nebenan stehen würden, würde ich mir das Weiße kaufen. Was? Ich dachte, das Rote! Beziehungsweise, es kommt drauf an, was ich mache. Wenn ich mich jetzt hinsetze, auf einem stillen Tisch, würde ich das Weiße nehmen. Und wenn er dich auf einen unruhigen Tisch setzt, der sich bewegt... Dann das Rote, weil da geht die Luft nicht so schnell raus. Dann vibriert er. Das ist nämlich so. Ich habe auch schon das Faxe, das Weiße im Zug getrunken. Und da war dann auch einander halblos die Luft raus. Jedes Mal, wenn du eine Fax hast, läufst rum... Wir reden gerade vom Brunnenreiten, wo man sich draufsetzt und dann bewegt sich alles. Ich sage nur, die Biermeile. Weiß noch jemand, wie viele Bier? Wir haben ja 15, 16, 17 Bier getrunken. Ich weiß nicht mehr. Keine Ahnung, aber... Das ist privat. Das seht ihr auf unserem YouTube-Kanal. Den verlinken wir aber nicht. Weil ihr seid ja schon drauf. Also es war auf jeden Fall... Viel, aber es war schön. Ihr müsst euch jetzt mal überlegen, ob ihr jetzt sagt, als Bonus wollt ihr noch schnell die... Andere blaue Dose aufmachen. Und ein Video trinken. Da können wir uns nochmal über die Meile unterhalten. Oder die Kamera geht raus. Gibt es noch was zu sagen? Naja... Deshalb kläre ich dir gleich. Ach so. Ich bin gespannt. Ich würde mich auch gerne mal interessieren. Aber ich hätte es gesagt, schon noch die blaue, aber dann genüsslich zu trinken. Ich ja auch. Also ich würde zuerst sagen, wir machen jetzt den Abschluss. Soll ich das... Ich trinke das nochmal leer. Ach so, ja. Damit ihr wisst, dass es hier vorbei ist. Dann machen wir das Video. Dann gehen wir in den ruhigen Teil über. Den gibt es ja nur im Livestream. Aber auch nicht mal. Also ich muss euch sagen, wenn alle nebeneinander stehen, würde ich immer die Schwarze nehmen, weil da am meisten Prozent drin sind. Das sieht man hier, wer dein Alkoholiker ist. Ich bin halt so einer, der sagt, wieso soll ich für mein Geld weniger kriegen, wenn ich für mein Geld mehr kriegen kann. Diese Aussage, die wurde immer wieder, obwohl es eigentlich der am wenigsten Alkoholiker ist von uns allen. Ja, definitiv. Ja gut, aber ich bin auch so einer. Ich trinke lieber ein schönes Bier. Ich bin auch so einer. Ich bin eigentlich nur ein Gesellschaftstrinker. Ja alleine. Ich wollte gestern auch nichts trinken. Ich habe Auto gebaut und so. Und dann haben meine Eltern hier, die hatten gestern Hochzeitstag hingestellt, Wein und so und so. Und dann habe ich gesagt, komm da, ich hole jetzt mein Zeug und esse hier auch was. Also bist du der Anstandstrinker. Hannes ist der Gesellschaftstrinker. Der hatte ein Scherwein und ich kaufe selber kein Wein. Wenn er an der Bushaltestelle sitzt und jemand setzt sich irgendwo hin, sagt er, scheiße, ich muss mir erst mal ein Bier aufmachen. Da sitzt jemand. Der Fahrer ist so, ja ich muss arbeiten. Da hat jemand Geburtstag, ich schütte mir schnell einen rein. Fertig, der Anstandstrinker. Ich bin eher so, es gibt Bier, es gibt was zu trinken, ich bin dabei. Nein, aber es ist halt einfach ein Gesellschaftstrinker. So einfach ist es nicht. Ich hole mich nicht alleine rein. Wenn es heißt, es gibt Bier, dann frage ich erst mal, wie viel kostet das denn? Ist da Eintritt oder Musik? Wer ist denn da überhaupt da? Und wie viel Prozent hat das Bier? Kann ich da draußen sitzen? Also ich bin so der, ich hinterfrage alles. Ich bin der Hintertrinker. Deswegen hinterfrage immer. Ich muss immer, ich brauche das perfekte, die perfekte Location. Also mit euch zwei hier zu sitzen und so, das macht mir Spaß. Ja, auf jeden Fall. Würde ich jetzt beim Theresienfest im Festzelt sitzen, würde ich denken, ich bezahle doch nicht hier 10 Euro, um dann für 5 Euro ein Bier zu trinken. Was ist alles? Das ist halt ein Bier vom Fass. Ein Wiesnmaß kostet 15,30 Euro mittlerweile. Alter, ey. Ein Bier vom Fass? Das ist was weines. Aber ich weiß noch, wo ich, ich war 2018, war ich auf der Wiesn. This product is sponsored by you incoming. Weil guck jetzt reden sie nämlich über die heftigen Sachen. Auf der Wiesn kriegt man nur im Zelt Bier und da kommst du da nicht rein, wenn du nicht reserviert hast. Du weißt doch. So, also was machst du? Gehst du nicht ins Brauhaus? Nein, aber ich hab immer... Ich dachte du gehst aufs Riesenrahmen. Ich hab immer, ich bekomme immer Marken von meinem Vater noch, weil der bekommt von so einer Firma, von einer alten Firma, wo er, er ist jetzt aber in Rente. Gibt von einer alten Firma aber immer noch Marken. Jedes Jahr immer. Aber ich sehe immer wieder hier, ich sehe immer die Videos oder so, wie es dazugeht. Ich war selber dort. Also Wiesn, es sagt mir nicht zu, muss ich ehrlich sagen. Das ist nicht... Ja, man kann es einmal mitmachen. Einmal mitmachen und das passt. Ich war mal dort und hab gesagt hier, ich will Bier. Ich glaube ich werde zu dem kleinen Jonas, aber darum muss ich was schießen. Muss man noch was holen. Den zerre ich da aber nicht hin. Nein. Ich habe Videos gesehen im Internet, da sind die Frauen ohne Höschen rumgerannt und haben die Wiesenbesucher angesprochen, ob sie ihre Bratwurst essen können. Und dann kam die Polizei und hat die das Festes verwiesen, also... Das Schlimme ist ja, wenn man selber... Wenn das die Wiesen ist... Das Schlimme ist ja, wenn man da selber hingeht, dann erlebt man das einmal nicht. Dann gehe ich da auch hin. Aber ich habe immer den eher gerne angezogen. Ich finde eigentlich das geilste Wiesn Video ist... ...Hardlerssonn 2017. Das ist das beste Video. Das geht irgendwie eine Stunde oder länger. Und das ist einfach nur so asozial und einfach geil. Aber irgendwie... Damals hätte ich noch gesagt, ich möchte auch mal ein bisschen asozial sein und so, aber das war dann... Wieso bist du eigentlich so großer Adlerssonn Fan? Weiß ich nicht mehr. Was kann denn der, was du nicht kannst? Aber der hat mich auch tatsächlich ein bisschen inspiriert, was da so rausgehen und Leute voll labern. Das ist es. Also der hat mich ein bisschen inspiriert, sag ich mal so. Ja gut, wenn du es schon hinstellt... Das habe ich auch schon in Videos erwähnt, dass ich mich da inspiriere. Da mal irgendwie auffallen, das kann der. Aber das aktuelle von... Das war 17, 18, 19. Das aktuelle vom Programm... Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal ein Video von dem geguckt habe. Dieses Jahr glaube ich noch gar nicht. Ja, du hast dir ja jetzt die Huhnskills angeeignet. Oh mein Huhnskills. Und dann mehr braucht man ja auch. Das ist ja das beste. Und dann Leipzig ist... Sandra kommt und Jonas. Das heißt, ich muss schnell ausdrinken und das Video beenden. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Ciao, ciao. Ja, das läuft schon. Ja, das ist ja schon... Über ein Jahr. So, was ihr macht ist egal. Ciao. Und trinkt mehr Faxe. Faxe for life. Und Faxe Red Eric. Und Faxe Blue Whisky. Und was ist noch so so... Whisky. Hehehe. Brrrr. Und was ist noch so so gebt. Und ciao. In ihrer Durchsage. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.